Ist's heiß hier drin oder geht's nur mir so? Hey, Kock! Wow! Das reicht jetzt! Genug von dem! Hey! Er kommt hierher! Hä? Was? Eine Münze? Die ist es nicht wert! Hä? Was ist hier los? Niemals! Ist das Geld? Ich bin reich! Oh je! Lass uns gehen! Ups! Ich bewahre die Biber hier auf! Und jetzt? Zähne putzen! Heute wird ein guter Tag! Aus der langweiligen Tasche wird gleich eine fantastische! Es fehlen nur noch ein paar teure Verzierungen! Nichts, was der Kleber nicht schafft! Hübsche Farbe, stimmt's? Das ist Leder! Jetzt zu den Griffen! Nice! Die passen perfekt! Und resten sofort ein! Tada! Die ist fantastisch! Stimmt's? Maßgeschneidert für mich! Happy Montag! Happy Montag! Wow! So eine coole Tasche! Und meine! Wow! Mein Fehler! Ist das eine Papiertüte? Klar, dass die auseinanderfällt! Sorry, dass du das sehen musstest! Ich setz mich lieber! Guten Morgen! Wird Zeit, mein Geld zu zählen! 800 sollten reichen! Hm! So viel zu meiner guten Laune! Wo soll ich jetzt meine Sachen reinpacken? Äh... 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 Schöne Tasche! Voll gemein! Hörst du das? Der Geldsack da drüben urteilt über uns! Geldsack? Hör nicht hin! Sie ist nur neidisch! Hab dich lieb! Hey! Guck dir das an! Zeit, mein Glück zu ergreifen! Sorry, Mr. Elefant! Du bekommst ein Upgrade! Ich schneide entlang der Naht! Dann hole ich die Füllung raus! Da kommt der Reißverschluss hin! Und hinterm Kopf kommt eine Schnur durch! Dann unten Zugnoten! Hallo, Gurte! Jetzt lachst du nicht mehr, was? Das ist meine neue Tasche! Da passen alle meine Sachen rein! Wow! Danke, Mr. Elefant! Willst du auch so eine? Pech gehabt! Die ist einmalig! Und gehört mir! Oh, naja! Kann ich dir die abkaufen? Nö! Ach, Manu! Wenn ich's mir recht überlege! Hä? Okay, Deal ist Deal! Wie cool! Kannst du laut sagen? Du kommst hier rein! Passt perfekt! War schön, mit dir Geschäfte zu machen! Okay, ein neuer Tag! Welche Bücher brauche ich heute? Hä? Sogar sein Spind schreit nach Geld! Mit Hunderten? Und Goldbaren? Echt jetzt? Ich brauche meine goldene Uhr! Es ist immer Money-Zeit, Baby! Oh, noch ein paar Scheinchen! Geile Sache! Das muss schön sein! Und mein Spind? Keine Edelmetalle! Nur fragwürdiger Kram! Wie alt ist das denn? Oh, hallo, Sir! Bring mir viel Glück heute! Hä? Was machst du denn hier? Äh! Ähm, hallo? Noch mehr Spinnweben? Ekelhaft! Warum nur? Oh! Hier ist es ja! Uh, eine Socke! Naja, das war mal eine! Was ist das? Verrückt! Ich hasse billige Dinge! Die stressen mich! Warte! Gehört der überhaupt mir? Hey! Ist das ein Nagetier? Oh, Mann! Egal! Oh, nice! Ugh, was ist das? Ich wusste, dass hier irgendwo Klopapier drin ist! Yay! Wow, okay! Hey, jeder muss mal! Aha! Schön weich! Mein Notizbuch! Ich komm ohne aus! Jetzt schnell zum Unterricht! Arme Leute sind echt seltsam! Hey, meine Zunge ist voll lang! Mit diesem Make-up braucht man keinen Filter! Handys weg! Wir fangen an! Denkt an die wichtigste Regel! Kein Problem! Okay! Ich hasse diesen Unterricht! Ich weiß, was zu tun ist! Angefangen mit meinem Gesicht! Und es geht noch weiter! Das ist meine Schokoseite! Kannst du mein Handy erkennen? Hey! Dein Handy! Herr Lehrer! Herr Lehrer! Herr Lehrer! Julie verstößt gegen die Regeln! Sehen Sie? Sieht für mich normal aus! Hä? Du bist so eine Pätze, Miles! Gewonnen! Hör! Unfair! Hm, aber ich bin auch clever, weißt du? Ich brauch nur einen Stift und Heißkleber! Eine Linie Kleber kommt auf die Kante der Hülle! Da klebe ich meinen Stift drauf! Dann noch ein paar mehr Stifte! Perfekt! Und jetzt wird's interessant! Showtime! Krankes TikTok! Ich leg das erstmal weg! Benimm dich, Miles! Na klar! Ich arbeite! Gut! Jetzt check ich Instagram! Bin ich genial, oder was? Hä? Neidisch! Fast fertig! Schon Mittagspause? Warum so enthusiastisch? Ich nehm die Mittagspause sehr ernst! Guck dir das an! Sieht ziemlich eklig aus! Danach sehne ich mich schon lange! Seit ich's gemacht hab, freu ich mich drauf! Eine Scheibe Toast! Und jede Menge Soßen! Ich fang mit der roten an! Kaum zu glauben, dass ich die im Müll gefunden hab! Wer schmeißt denn sowas weg? Ich nicht! Ich nicht! Das wird echt lecker! Oh yeah! Der Moment, auf den ich gewartet hab, ist endlich gekommen! Wow! Es ist Essenszeit! Hä? Ein Brust auf mich! So gut, wie ich's mir vorgestellt hab! Wenn du das sagst! Wenn du das sagst, ich hab etwas viel Besseres! Sag Hallo zu meinem goldenen Meisterwerk! Was für eine Schönheit! Was für eine Schönheit! Wow! Komm zu Mama! Mit extra goldenem Käse! Goldener Käse, hm? Wo kauft man denn sowas? Macht's dir was aus? Keine Manieren! Na egal! Guten Appetit! Hä? Oh nein! Sie haben vergessen, das Gold zu schmelzen! Guck! Was ist das? Dein Zahn? Ah! Ich muss meinen Zahnarzt anrufen! Okay, klasse! Wollen wir anfangen? Hä? Willkommen zum Kunstunterricht! Wow! Echt cool! Hervorragend! Oh yeah! Zeit fürs Handy! Hallo? Klasse! Hört ihr mich? Klasse! Warum hängen alle am Handy? Es reicht! Hä? Was? Ihr lebt eure Handys, was? Dann werdet ihr heute eure eigenen Hüllen herstellen! Verstanden? Auf geht's! Hm! Bin dabei! Eine Handyhülle? Hm! Auf meine Säulen diese coolen Jungs! Voll süß! Und die kleine Pfote! Oh ja! Ich hab eine super Idee! Zuerst trage ich Kleber auf! Da kommt die Pfote hin! Und meine Kumpels passen auch alle drauf! Mein Liebling sitzt hier oben! Und fertig! Habt ihr Spaß, Leute? Ich glaub, denen gefällt's! Gar nicht so schlecht! Aber ich muss jetzt meine machen! Hm! Oh! Ich hab hier ja noch Gold übrig! Was machst'n du damit? Schau zu und lerne! Her mit dem Klunker, Baby! Und auch ein paar Diamanten! So funkelnd! Ich will so viele wie drauf passen! Mission erfüllt! Ist die nicht fabelhaft? So grell! Schon fertig? Mir gefällt, was ich sehe! Sehr kreativ, Miles! Julie? Oh! Schön funkelnd, stimmt's? Ja, da lang! Schade, dass ich keine Sonnenbrille hab! Gefallen dir meine Haare? Ich hab sie gestern erst gemacht! Ich mag auch diese roten Lippen! Er will mich küssen? Ich muss meinen Lippenstift auffrischen! Bis morgen dann! Wow! Hey! Du bist sehr hübsch! Hi! Darf ich dich zum Mittagessen begleiten? Äh, aber ich dachte, du wolltest doch... Nur noch eine Stunde, dann bin ich fertig! Boah! Diese Playlist ist der Hammer! Oh ja! Ich wische, Baby! Danke euch! Aha! Sehr schön! Wer ist die Nächste? Hallo zusammen! Schönes Kleid, oder? Aber kann sie auch singen! Nicht beeindruckt! Wow! Was soll der Geldregen? So geschmacklos! Wie lange dauert dieser Song eigentlich? Weck mich, wenn's vorbei ist! Hey, wer kommt denn da hinter ihr? Wow! Sie putzt hier nach der Schule! Ist das ihre echte Stimme? Das ist richtig gut! Sie ist toll! Sie ist toll! Sie ist toll! Ich gehe jetzt... Nicht bewegen! Was? Bin ich im Rennen? Ich? Die Ballkönigin? Der Wettbewerb ist vorbei! Diese Krone ist für dich gemacht! Gratulation! Es wurde auch Zeit, dass wir ein echtes Talent hören! Ignoriert die Handschuhe! Was glaubt dieses Mädchen, wer sie ist? Diese Krone sollte auf meinem Kopf sein! Ich will dieses glühen! Hey, Betty! Komm, wir gehen ins Kino! Können wir dein neues Auto nehmen? Hi, Micky! Ich mag deine Jeansjacke! Danke! Ich muss zur Kimi! Hä? Warum werde ich ignoriert? Meine Farbe? Eine leere Leinwand? Das wird gut! Mal sehen, ob ihm ihre Jacke dann noch gefällt! Muss schnell sein! Keiner mag fleckige Kleidung! Sieht aus, als hätte sie in Senf gelegen! Ja? Du hast was auf deiner Jacke! Oh nein! Aber ich bin immer so vorsichtig! Keine Sorge, niemand wird's bemerken! Mist! Aber ich kann das beheben! Hast du einen Fleck auf deiner Kleidung? Lass dich von ihm inspirieren und mach daraus was Einzigartiges! Male deine Hand im Handschuh an! Drück sie dann auf den Stoff! Zieh dir all die tollen Farben an! Ein paar Spritzer macht noch einen lustigen Effekt! Und fertig! Ja, ich hab einfach das Beste aus einer schlechten Situation gemacht! Wow, das muss ich posten! Dein Design geht voll viral! Was ist denn hier los? Warum ist ihre Jacke so süß? Ja, es kann losgehen! Wow, das ist sie wirklich! Entschuldigung! Du gehst nirgendwo hin, Fräulein! Vielleicht ändert ein bisschen Grün deine Meinung? Das bleibt unser kleines Geheimnis! Geh bitte rein! Was ist los, Süße? Ich hab dir das neue Telefon besorgt! Das hab ich schon! Oh, das hätte ich wissen müssen! Das war ein Reinfall! Hallo du! Darf ich? Aber das hab ich selbst gemacht! Kein Interesse! Oh! Hey, lass sie durch! Das ist unglaublich! Was? Wie ist Micky da hochgekommen? Das ist so unfair! Ich kann nicht malen! Also gut, Klasse! Wer kann diese Gleichung lösen? Irgendjemand? Ich nicht! Hm! Betty? Beweg deinen schicken Hintern hier vor! Ach, fein! Na los, komm schon! Ich weiß nicht, wie das geht! Was? Dann setz dich! Meine Güte, sie muss mich nicht gleich anschreien! Noch jemand? Okay, komm! Schon wieder Micky, hä? Hat sie ein Loch im Rock? Das ist wirklich schade, oder? Kauf dir mal was Neues! Ich komme! Wow! Mein Rock! Die Unterwäsche! Ist das zu fassen? Hahaha! Hey! Ich kann die Aufmerksamkeit auch für mich nutzen! Diese Moves sind der Hammer! Hör nicht auf, okay? Das wird so viele Likes bekommen! Gefällt mir! Ich nenne es den Unterwäsche-Shake! Ja, das ist großartig! Sieh dir das an! Alle mögen es! Warum passiert das immer wieder? Es reicht! Niemand ist so mächtig wie das beliebteste Mädchen der Schule! Schau sie dir nur an! Wir haben unser tägliches Selfie noch nicht gemacht! Vergiss nicht den Filter! Hey, ich bin ja gar nicht im Bild! Mach ein paar mehr! Tschüss! Bist du jetzt zufrieden? Ähm, nein! Probleme reicher Mädchen! Ich muss mich um andere Dinge kümmern! Zum Beispiel, wo der Müll herkommt! Woher kommt das überhaupt? Selfies sind in was? Ich glaub, das kann ich auch! Ich muss nur die Szene vorbereiten! Jetzt kann ich das Telefon einrichten! So bleibt es an seinem Platz! Wie ein DIY-Stativ, okay? Hey, Essie! Ich? Ja! Na, was soll's! Willst du ein Selfie mit mir machen? Und diesmal passen wir beide aufs Bild! Und wow, sie sehen toll aus! Und man kann mich tatsächlich sehen! Essie? Hallo? Was dagegen, wenn ich hier eine Weile bleibe? Was ist los mit dir? Gefällt dir mein neuer, teurer Zwirn? Das ist wirklich was Besonderes! Hier ist ein Getränk! Danke! Ist das Micky? Was hat sie da an? Sieht aus wie etwas, das meine Oma tragen würde! Also gut, Leute! Lasst die Party starten! Dieser Ballon ist wunderschön! Ich hab eine Idee! Brauchst du etwas mehr Glanz? Fertig! Jetzt mit Haarspray fixieren! Das klappt wunderbar! Hübsch, oder? Wie dem auch sei! Ist das Micky? Das ist ein echter Knaller! Hä? Das ist mal ein Outfit! Ich muss wissen, wo sie das her hat! Was ist mit meinem Glitzer? Zum Glück ist der Unterricht vorbei! Ich bin am Verhungern! Was? Ich dachte, ich hätte ein Sandwich eingepackt! Was jammert er denn? Ich wette, sowas hat er noch nie gesehen! Hier, bitte Kevin! Danke! Oh, Autsch! Danke, aber nein! Seltsam! Warte, ich weiß! Hey, hast du noch Hunger? Was ist so besonders an diesem Apfel? Wenn es um die wahre Liebe geht, ist es nicht wichtig, viel Geld zu haben! Oder doch? Gleich ist es soweit, um die Frage aller Fragen zu stellen! Oh, Kevin! Ich werde noch blind! Ja, das ist das Problem mit großen Diamanten! Natürlich heirate ich dich! Fräulein Betty, es ist Zeit, aufzuwachen! Es wird ein wunderschöner Tag! Ich habe wie einen Stein geschlafen! Ihr gewinnt, Fräulein! Danke! Ich werde ein Bad nehmen! Alles, was mir hilft, entspannt zu bleiben! Ich hoffe, das Wasser ist warm! Die Goldflocken helfen sicher! Die wirken Wunder auf der Haut! Ich könnte den ganzen Tag hier drin bleiben! Oh, es ist so kalt hier drin! Ah! Ist die Apokalypse hier? So viel zu meinem friedlichen Schlaf! Wer braucht schon Kaffee bei so einem Wecker? Montage sind immer hart! Aber eine Dusche sollte helfen! Eine heiße wäre schön! Oder irgendwas in der Richtung auf jeden Fall! Habe ich die Wasserrechnung nicht bezahlt? Hallo! Ich schätze, heute ist ein schmutziger Tag! Feuchttüche sind besser als nichts! Und die riechen gut! Ich hoffe, ein Tuch reicht! Oder zwei oder drei? Ah, das ist fast wie Wasser! Alles, um sich frisch zu fühlen, oder? Warte, bis du das Kleid siehst, das ich gefunden habe! Ah ja, es ist funkelnd und eng! Du wirst es lieben! Du brauchst wohl eine neue Brille! Ähm, ja, du hast völlig recht! Im Ernst? Niemals! Äh, äh, mal sehen! Ah, ich denke, du wirst das hier mögen! Äh, kennst du mich überhaupt? Was ist denn los? Ich habe absolut nichts zum Anziehen! Oh Mann, mein Stylis hat seinen Touch verloren! Vielleicht dürfte ein kleiner Einkaufsbummel! Danke, Schatz! Warte mal! Ich habe Geld! Eine Menge davon sogar! Hier, geh du für mich shoppen! Wow, okay! Ist hier was drin? Hey, noch eine Chipstüte! Hey, das ist mein Traumhochzeitskleid! Und es kostet... Ich kann es gar nicht laut sagen! Hm? Da ist wirklich nichts mehr drin! Iuh! Oh, das riecht ja furchtbar! Aber das könnte die perfekte Lösung sein! Äh, hat die gerade meinen Müll mitgenommen? Schatz, ich bin wieder da! Oh, du siehst umwerfend aus, Babe! Oh, das wäre doch nicht nötig! Hm, da fällt mir ein... Was? Ich muss das neue rosa iPhone bestellen! Das ist auch von mir, hm? Nichts geht über die Lieferung nach Hause! Schau, das passt! Ich kann sie alle hier reinstecken! Natürlich! Oh, der Tag war schrecklich heute! Blumen würden mich aufmuntern! Und die sind wirklich schön! Ob die jemandem gehören? Vielleicht nur einer! Die sind Privateigentum, Lady! Ah, das wusste ich nicht! Ist das nötig? Ich bin keine Verbrecherin, ich schwöre es! Ah, nicht die dicken Tränen! Okay, okay! Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt! Das hab ich! Danke! Die gehören nicht dir, Lady! Oh, was für ein verrückter Tag! Ich wusste, ich hätte zu Hause bleiben sollen! Warte mal! Da hat ja doch jemand an mich gedacht! 28, 29, 30... Okay, singt euer Lied! Und ich will ein breites Lächeln dazu! Betrachtet euch als Angestellt! Viel Spaß dabei! Ihr seid herzlich zu Bettys Hochzeit eingeladen! Oh, die ist aber wirklich kreativ! Oh, Hochzeit! Die Glocken werden läuten! Oh, es ist Bettys! Schaut Betty zu, wenn sie lächelnd zum Altar schreitet! Hey, das ist Bettys Hochzeitseinladung! Oh, was ist denn das? Äh, danke! Dude-Yourself-Einladungen sind was Besonderes, so persönlich! Und die kosten fast nichts! Also gut, mal sehen, was wir haben! Ah, ich hoffe, das sieht schön genug aus! Du bist herzlich zu unserer Hochzeit eingeladen! Komm vorbei und sei dabei! Schnell, lass es uns rausschicken! Und gesendet! Oh, ich hab vergessen, unsere Internetrechnung zu bezahlen! Wir können das Video nicht verschicken? Oh, pleite sein nervt! Es sei denn, komm mit! Dieser Ort ist wirklich schön! Schnell, bevor es jemand merkt! Und wir haben eine Verbindung! Gesendet? Wir werden heiraten, Schatz! Ähm, wir sollten wohl lieber verschwinden! Ach, diese Hochzeitstaten sind langweilig! Hallo, das ist unser teuerstes Modell! Du willst mich wohl reinlegen? Vielleicht ist das eher dein Stil? Das ist unsere Bärenüberraschung! Bären langweilig, meinst du wohl? Hier, die ist für unsere High-End-Bräute reserviert! Ja, natürlich ist sie das! Danke für nichts! Ich hab' noch eine! Was für ne Zeitverschwendung! Warum hast du mir den nicht gleich gezeigt? Genau davon hab' ich geträumt! Sie gehört dir, zukünftige Braut! Gut, du lächelst! Kannst du dir vorstellen, so ne Hochzeitstorte zu haben? Oh, wie romantisch! Die passt perfekt zu ner Prinzessin! Hey Schatz, schau dir mal die Torte an! Die kostet 1000 Euro, aber ich will sie mehr als alles andere! Mal sehen, was ich tun kann! Äh, ich übernehme ne Extraschicht auf der Arbeit! Klingt gut! Ah, klingt gut! Wenn ich doch nur... Warte! Oh, Betty! Siehst du was, was dir gefällt? Warum eine große Torte, wenn du eine für dich ganz alleine haben kannst? Oh, ich liebe dich! Oh, ich liebe dich! Heute schmeiße ich eine Party! Das wird der Hammer! Oh! Hi Mädels! Aus dem Weg, Lose! Die haben mich voll übersehen! Wo ist meine Brille? Hallo? Kann mir jemand helfen? Was ist das für ein Licht? Gehört sie dir? Weiter kurz! Oh, jetzt nimm sie schon wieder! Äh, kaum zu glauben, dass ich das gehalten hab! Ich muss meine Hände desinfizieren! Schon besser! Wow! Hey Leute! Ellie, lasst uns ein Foto machen! Selfie! Oh, ihr seid wirklich die Besten! Hä? Was ist das? Ein Helikopter? Wer ist das? Danke fürs Abholen! Ich liebe Übertreibungen! Echt anstrengend, so reich zu sein! Die Stunde ist so öde! Hey, aufpassen! Wir schreiben einen Mathe-Test! Ich zähle nur Geld, sonst nichts! Mir egal, ich bin beschäftigt! Ich hab so viel für diesen Test gelernt! Stell die Gespräche ein! Hier ist der Test! Dann mal los! Ich bezahle Leute, Tests für mich zu schreiben! Oh, darauf freu ich mich! Geld regiert die Welt! Oh, bestanden! Danke! Ich danke dir für mein neues Auto! Ich mach die Fliege! Das war knifflig! Aber ich hab's geschafft! Werdig! Das war mir jeden Cent wert! Hey, Frau Lehrerin! Den können Sie wiederhaben! Dankeschön! Was für eine Zeitverschwendung! Okay, ich hab eure Tests korrigiert! Ich bin beeindruckt, Essie! Wow, eine Eins plus! Ja! Danke! Eine Drei? Aber wie? Hey, wofür bezahle ich dich eigentlich? Äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll! Ach, so ein Ärgernis! Hallo, Papi! Ich brauche einen neuen Nerd! Die gehören in meinen Spind! Ich könnte ein Schloss gebrauchen! Hä? Ein geheimes Zimmer? Das ist mir noch nie aufgefallen! Hm, ich schau mich besser mal um! Wow, so viel Platz! Oh, das sieht gemütlich aus! Endlich ein ruhiger Ort zum Lesen und Lernen! Wow! Das ist mir neu! Ich sollte öfters kommen! Wow! Hi, Ellie! Oh, wieso? Als ob ich mit Justin reden würde! Ich kapiere gar nichts davon! Ich brauche Zeit für mich! Gut, dass ich einen exklusiven Ort zum Abhängen habe! Man braucht eine goldene Kreditkarte dafür! Das ist mehr mein Ding! Ach, mein Rückzugsort! Zeit für etwas Spaß! Oh, das sieht interessant aus! Wow, das ist so realistisch! Was für ein Tag! Ich muss mich erholen! Das sind die neuesten Sicherheitsstandards! Man kann nie vorsichtig genug sein! Oh, endlich sind sie da! Setzen Sie sich! Ich hasse es, wenn Bedienstete mit mir sprechen! Ich möchte verwöhnt werden! Okay, ich beginne mit dem Auftragen der Gesichtsmaske! Das ist die teuerste Maske auf dem Markt! Sie besteht aus Blattgold! Ihre Haut wird danach wie ein Goldnugget strahlen! Was lustig ist, denn genauso viel kostet die Maske! Deine Bezahlung! Ich liebe meinen Job! Wieso bist du noch hier? Ach, was für ein Leben! Ich weiß nicht, was ich essen soll! Die Auswahl hier ist riesengroß! Aber Papi, ich will ein Einhorn! Hey, hier drüben! Das bringe ich Ihnen sofort! Besser ist es für dich! Hier, Ihr Gericht! Bon Appetit! Wieso muss ich neben ihr sitzen? Oh, so geht das nicht! Bedienung! Danke! Hm, alles ist so armselig! Oh, das ist perfekt! Ihr Gericht, Ma'am! Ich habe einen verwöhnten Gaumen! Exzellent! Das ist nicht für jedermann! Was? Hey, du! Da drüben! Ihr Geld, Madame! Mh, ist so lecker! Was? Das glaube ich nicht! Oh, Gold! So gut! Die beiden haben einen Vogel! Ich bin so hungrig! Ich brauche was zwischen die Beißer! Nur was? Hier gibt es irgendwie nichts! Oh, ich habe es! Die Farbe steht mir! Möge die Jagd beginnen! Aha! Groß und schleimig! Das ist wie Fast Food! Das war einfach! Was für ein Schmaus! Ich liebe Spinnen! Was? Ach ja! Die zwei habe ich ja voll vergessen! Ich muss mir einen neuen Job suchen! Was war das? Ich habe so gut geschlafen! Ich sollte mich fertig machen! Was? Kein Wasser? Wie soll ich mich ohne Wasser waschen? Immerhin kann ich noch Zähne putzen! Wer braucht schon eine Zahnbürste? Minz frisch! Das sollte reichen! Was soll ich anziehen? Okay! Das ist süß! Naja! Das muss mir reichen! Die Jacht ist viel zu klein! Guten Morgen! Oh! Ach ja! Da muss ich mir etwas Besseres einfallen lassen! Wow! Ich bin so gut! Hey! Aufwachen! Juhu! Oh! Dem wird sie nicht widerstehen können! Mh! Gold! Welch wundervoller Traum! Exzellente Arbeit wie immer! Ich mache nur meinen Job! Bye! Schon morgen? Wo ist mein Make-Up-Handy? Hallo! Ich brauche deine Hilfe! Was kann ich für sie tun? Ich muss gut aussehen! Du musst mir einen Look schminken! Das wird sie etwas kosten! Wo ist mein Geld? Na gut! Hier! Echt jetzt? Auf keinen Fall! Alles muss man selber machen! Das ist so öde! Okay! Ich denke, wir können loslegen! Das ist so öde! Wacht auf! Unser erster Absolvent ist Cheryl! Ach, meine lieben Fans! Du hast die Schule nur geschafft, weil dein Vater uns einen Pool gekauft hat! Glückwunsch! Wieso fasst du mich an, Igitt? Das gefällt mir nicht! Ich gehe! Macht Lärm für Cheryl! Nun kommt Ellie! Das dem Fotograf! Er soll mich von meiner Schokoladenseite ablichten! Hier ist dein Zeugnis! Ja! Ja! Geschafft! Meine Glückwünsche! Steffi! Oh, das ist süß! Okay, runter von der Bühne! Und zuletzt kommt... Essie! Ich bin so glücklich! Hier ist Papier! Ist das alles? Oh, ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen! Komm her, du! Okay, reiß dich zusammen, Kevin! Das hast du verdient, Essie! Wow! Ein Stipendium! Wow! Yeah! Du bist die Beste, Essie! Das ist der beste Tag meines Lebens! Ich sehe so süß aus! Es tut gut, endlich etwas Warmes zu trinken! Keins davon gefällt mir! Kannst du ein Foto machen? Klar! Ups! Mein Kaffee! Und jetzt? Da hilft nur! Oh mein Gott! Was stimmt nicht mit dir? Hier, nimm das! Bist du verrückt? Was? Ist doch nur Wechselgeld! Schnell trocknen! Na los! Du bist durchgeknallt! Oh, eine Party! Was ziehe ich an? Das sieht gut aus! Hä? Oh nein! Kein haariger Look! Wow! Oh, fast so wie Bigfoot! Dagegen muss ich etwas tun! Geh ran! Hallo! Ich brauche Ihre Hilfe! Okay, worum geht's denn? Sind Sie bereit? Anziehen bitte! Keine Designermarke, aber okay! Das könnte etwas wehtun! Gleich fertig! Das war's schon! Wow! Das hat gar nicht weh getan! Äh... Hier! Hier ist Ihre Bezahlung! Okay! Danke! Das Ding ist stärker als erwartet! Ich muss los! Was ist denn mit ihr los? Meine Haare! Ich hab eine Glatze! Ah! So kann ich nicht auf die Party! Ich freu mich schon auf die Party! Wie ein Urwald! Ich sollte mich rasieren! Hab ich denn keinen Rasierer hier? Doch, da ist er! Oh! Der hat die besten Tage hinter sich! Was ist hier noch so drin? Oh! Eine neue Rasierklinge! Aber ich brauche einen Griff! Hm! Die könnte nützlich sein! So dürfte es funktionieren! Ich stecke die Gabel in die Rasierklinge! Meine Beine sind in nullkommanichts glatt! Vorsichtig! Uh! Das war knapp! Mit dem Arm bin ich fertig! Uh! Endlich fertig! Hätte besser laufen können! So viele Schnitte und Pflaster! Ich muss wohl daheim bleiben! Wie immer! Wo bleibt sie? Da bist du ja! Das ist für dich! Uh! Wofür ist das? Das will ich nicht! Ich hab mein eigenes dabei! Okay! Bitte von meiner Schokoladenseite! Ist das Licht in Ordnung? Ja! Jetzt sind Gewichte dran! Oh! Das zieht richtig! Gutes Bild! Das reicht! Zeit für etwas Corework! Bereit? Das ist so anstrengend! Oh! Oh! Nices Foto! Ich hab's! Okay! Stopp! Das reicht wieder! So ein gutes Workout! Hier! Dein Handy! Ist das dein Ernst? Die Fotos sind das allerletzte! Was soll das? Wie sieht es denn hier aus? Dann mal los! Ich bin bereit! Was macht die Hose dort? Mann, bin ich faul! Hey! Ich hab eine Idee! Wenn ich die Jeans über die Tür hänge... ...die Türe schließe... ...und dann den Besen durch die Gürtelschlaufen stecke... ...kann ich daran Urlaubs machen! Das ist echt anstrengend! Wow! Das war gut! Ich sehe schon Muskeln! Und noch eine Übung! Ich stelle den Stuhl so hin! Das ist voll anstrengend! Wow! Das Tuch wird nützlich sein! So trainiere ich meine Beine! Morgen gibt es Muskelkater! Und der Boden ist sauber! Na, das war ein gutes Training! Da bist du ja! Bin gleich wieder da! Hier wohnt sie? Das ist voll krass! Ist da jemand? Hallo? Da ist niemand! Okay, echt seltsam! Das ist nur deine Einbildung! Es gibt keine Geister oder Monster! Was hat mich gerade berührt? Ah! Die Roboter lehnen sich auf! Nicht mit mir! Nimm das! Was war das? Was ist da los? Du entkommst mir nicht! Oh! Hey, Mickey! Wieso schlägerst du dich mit dem Staubsauger? Dem Staubsauger? Dem Staubsauger? Ja! Jetzt muss ich wohl aufräumen! Dieses Outfit ist süß! Oh nein! Bitte nicht! Na toll! Das war meine Lieblingsjeans! Ich sollte mich umziehen! Was habe ich denn noch zum Anziehen? Ich müsste mal wieder waschen! Moment! Zeit für etwas Kreativität! Wow! Das sieht toll aus! Und ich muss nicht die Wäsche waschen! Ich muss los! Echt jetzt? So was Blödes! Jede Paillette wurde von mir angenäht! Das ist der letzte Schrei in Paris! Nein! Das ist grässlich! Wie ist es damit? So etwas Hässliches! Was gibt es noch? Haben sie denn nichts anderes? Ich bin gleich wieder da! Beeilen Sie sich! Okay! Das ist etwas sehr Exklusives! Oh! Und wer? Na endlich! Wow! Die muss ich haben! Die ist perfekt! Die muss ich anprobieren! Lassen Sie sich Zeit! Sie ist zufrieden! Ich bin genial! Ich bin schon so gespannt! Was werde ich mir von dem Geld kaufen? Und? Wie sehe ich aus? Absolut hinwerfend, oder? Was? Geld kann kein Modebewusstsein kaufen! Danke! Was dauert da so lange? Der Burger sieht gut aus! Ich bin so hungrig! Guten Appetit, Madame! Nicht schon wieder! Goldene Burger hängen mir zum Hals heraus! Was hältst du denn von Rahmen? Das sieht lecker aus! Ich hätte viel lieber Rahmen! Hey Essie, willst du tauschen? Auf jeden! Das lasse ich mir schmecken! Es riecht so gut! Ich hatte schon ewig keinen Burger mehr! Autsch! Meine Zähne! Was ist das? Eine Goldkette? Ist die Kette Teil des Gerichts? Sie verleiht mir Geschmack! Echt seltsam! So saftig! Au! Was ist das? Ein Diamantring? Heute ist mein Glückstag! Er ist sowas von schön und steht mir gut! Worauf kaue ich gerade rum? Eine Plastikkarotte? Oh wow! Was soll's? Ich liebe Rahmen über alles! Hm, wir sollten öfters Gerichte tauschen! Liebling, das Picasso-Gemälde ist für unser Ferienhaus und nicht für die Villa! Warte kurz, mich ruft jemand ab! Ups! Aufheben lohnt sich nichts! Was soll der Krach? Hey, ist das etwa Geld? Das muss jemand verloren haben! Hey! Wartet! Nicht schießen! Was willst du von uns? Hä? Gar nichts! Das habt ihr verloren! Oh, wie aufmerksam! Willst du sie adoptieren? Sehr gerne! Sie wird mein Ein und Alles! Hier, bitte! Das brauche ich nicht! Was willst du dann? Oh! Keine Angst, ich tue dir nichts! Du könntest ein Bad vertragen! Du stinkst widerlich! Äh, okay! Danke! Solche Kleider sind der letzte Schrei in Paris! Hallo, Darling! Was gibt's Neues? Wir haben ein Straßenkind adoptiert, das sein Umstyling braucht! Wo ist sie denn? Oh Gott! Das ist noch zu gebrauchen? Wer wirft denn sowas weg? Die sind genial! Hör auf damit! Du blamierst mich! Das ist das Mädchen, von dem ich dir erzählt habe! Und? Kannst du sie noch retten? Ich bin zwar ein Modeprofi, aber das ist echt eine Herausforderung! Das kriegen wir hin! Wie wär's damit, Darling? Oh ja! Dieser Rock wird ihr gut stehen! Wow! So sauber! Es fehlt noch ein Top! Hier, fang! Sorry, das ging daneben! Das geht sowieso noch besser! Wie wäre es damit? Hey! Das gefällt mir! Die Frisur ist auch nice! Ich seh aus wie ne Prinzessin! Sie sieht reich aus! Tausend Dank! Hier, für deinen Service! Und hier noch etwas Trinkgeld! War mir ein Vergnügen! Bye, Modelady! Dieses Outfit ist ein Modeverbrechen! Das wandert in den Müll! Was soll das? Wow! So ein großes Zimmer! Viel größer als eine Mülltonne! Ist das aus echtem Gold? Ich hab noch nie echtes Gold gesehen! So ein riesiges Haus! Und was ist das? Sieht aus wie Kunst! Wow! Ich hab sogar ein Haustier! Das erinnert mich an die Maus aus meiner Mülltonne! Hier, für dich, kleiner Mann! Hey, nicht so gierig! Das kitzelt! Das waren noch Zeiten! Willst du aus dem Käfig raus? Ruhig! Ich tu dir nichts! Hallo! Du bist aber süß! Bist du hungrig? Warte, ich gebe dir etwas Futter! Hier, für dich! Hier, für dich! Hm, doch kein Hunger? Dann bleibt mehr für mich! Echt nice! Das schmeckt echt gut! Hallo, meine Kleine! Fühlst du dich wohl? Was machst du denn? Oh, mir wird übel! Essen, sofort! Das nehme ich! Hey, das ist etwas anderes! Danke! Gern geschehen! Oh, das war ein Versehen! Hi, Mr. Unicorn! So eine schöne Mähne! Schön leise! Was war das? Oh, das war nur die Tür! Mach keinen Mucks! Halte still und sei leise! Du wirst mir viel Lösegeld einbringen! Alter! Bist du schwer! Liebling, aufstehen! Meine Prinzessin wurde entführt! Hallo? Ich habe deine Tochter! Das Lösegeld erwarte ich noch heute! Verstanden? Und keine Tricks! Was? Du willst, dass ich dich losbinde? Du nervst! Echt! Von mir aus aber nicht weglaufen! Das wär's! Und jetzt will ich nichts mehr hören! Meine Tochter wurde entführt! Liebling, was ist los? Unsere Tochter wurde entführt! Die Entführer verlangen Lösegeld für ihre Freilassung! Wir müssen sie sofort freikaufen! Sie fürchten sich bestimmt zu Tode! Keine Sorge, wir kaufen sie frei! Bist du bereit für deine Behandlung? Mund weit aufmachen! Hey! Was soll das? Das blendet! Ich hab noch etwas Gold gefunden! Schneller! Die Farben stehen dir echt gut! Dieses Mädchen raubt mir noch den letzten Nerv! Das nächste Mal raube ich eine Bank aus! Gefällt ihm wohl nicht! Okay! Wir haben das Lösegeld! Beeil dich! Alles wird gut! Mami und Papi sind hier! Äh! Schön aufessen! Bitte nehmt sie wieder mit! Wie geht's dir? Wir waren so besorgt um dich! Oh! Fast vergessen! Du kriegst noch ne Spritze! Nein! Bitte nicht! Alles Gute zum Geburtstag! Augen zu! Hier kommt eine Überraschung! Okay! Bring das Geschenk her! Nicht blinzeln! Hörst du? Und? Augen auf! Oh! Echt nice! Eine Poppe! Wie cool! Vielen Dank, Mama! Hier zum Steuern der Puppe! Viel Spaß beim Spielen! Na los! Schalte sie ein! Das wird Laune machen! Los geht's! Hallo! Ich bin Prinzessin Sparkle! Schön dich kennenzulernen! Wie ein echter Mensch! Oh! Okay! So ein fester Händeldruck! Hey! Hilf mir! Bin schon dabei! Welchen Knopf muss ich drücken? Aua! Das hat weh! Mir reicht's! Ich gehe in den Beauty Salon! Was passiert bei diesem Knopf? Herunterfahren! Oh! Das war der falsche Knopf! Was passiert damit? Autsch! Echt nice! Echt nice! Kann ja nicht so schwierig sein! Hey! Jetzt tanzt sie! Let's party! Was? Schon kaputt gegangen? Oh Mann! Ich muss die Beweise vernichten! Wer kommt hier hin? Niemand wird mich verdächtigen! System eingeschaltet! Ein goldenes Puppet! Ein goldenes Puppet! Wie cool! Was war das? Willkommen in deinem neuen Zuhause! Sag deiner neuen Schwester Hallo! Was geht hier ab? Ich wollte schon immer eine Schwester haben! Willkommen in der Familie! Hi Leo! Ich bereite mich auf die Stunde vor! Wow! Guck dir das an! Willst du mich veräppeln? Deshalb war meine Tasche so schwer! Tja! Man kann nie genug Gold haben! Ah! Meine Trophäe! Das Leben läuft echt gut! Oh! Und ich habe nur meine Notizbücher! Und meine Stifte! Warte! Wo lege ich die hin? Ich habe keine Federtasche! Schätze, ich lege sie hier hin! Anders geht's nicht! Darf das nicht vergessen! Es ist aus feinster Seide und Gold! Ziemlich cool, war's? Das ist so ungerecht! Oh! Warte mal! Was haben wir hier? Daraus kann ich was machen! Guck's dir an! Ich lege das Papier auf den Tisch! Und falte es in der Mitte! Dann drehe ich es! Jetzt brauche ich einen Cutter! Den ziehe ich vorsichtig an der Falz lang! Bis ganz nach unten! Jetzt habe ich zwei Papierstreifen! Ich lege meinen Pinsel in die Ecke! Und rolle an ihm das Papier auf! Genau so! Das muss ganz eng werden! Ich lasse die Ecke noch draußen! Denn da trage ich Kleber auf! Jetzt rolle ich sie auf! Als nächstes wird das Rohr gefaltet! Einmal in der Mitte! Dann hier! Und hier auch noch! Sieht aus wie ein Diamant! Jetzt schneide ich die Enden ab! Die sollen gleich sein! Jetzt stecke ich sie zusammen! Und ich habe ein Dreieck! Ich habe noch mehr in verschiedenen Farben gemacht! Weiter geht's! Aus Papier habe ich ein Dreieck ausgeschnitten! Da klebe ich dieses dreieckige Rohr drauf! Oh! Es ist ein Stern! Ich staple die anderen Dreiecke drüber! Und wechsle die Farben! Ich baue Ebene für Ebene auf! Das ist das letzte! Wow! Guck dir das an! Das ist perfekt! Ich stelle es hier hin! Das ist ein toller Stifthalter! Der ist fantastisch! Jetzt ist mein Platz schön ordentlich! Was sagst du dazu, Leo? Wow! Ich bin beeindruckt! Aber wo ist das Gold? Hä? Was zum... Hey! In meiner Federtasche ist ein riesiges Loch! Oh! Wie ungerecht! Machst du mir auch sowas? Bitte! Ist das dein Ernst? Nö! Oh! Komm schon! Nein! Bastle dir selbst was! So ist das also! Wie sieht's jetzt aus? Hm! Lass mich nachdenken! Okay! Wenn du es so ausdrückst! Mal sehen! Ich hab bestimmt noch was passendes! Äh! Wie ist das da reingekommen? Was ist hier noch drin? Hä? Was ist das? Warte! Ich weiß, was ich mache! Ich lege das Tuch flach hin! Da kommt jetzt Kleber drauf! Ich mache Klecks in einem Muster! Ich verteile die über den gesamten Stoff! Genau so! Ich gehe über die Mitte des Tuchs! Da kommen jetzt Bommeln ran! Das soll schön bunt werden! Ich warte, bis der Kleber trocken ist und dann drehe ich das Tuch um! Jetzt brauche ich eine Schnur! Ich lege die unten aufs Tuch! Dann mache ich eine Klebelinie über der Schnur! Ich ziehe die von links nach rechts! Dann klappe ich das Tuch über die Schnur! Und drücke es auf den Kleber! Als nächstes kommt ein Klecks Kleber auf die Schnurenden! Da kommen auch Bommeln ran! Jetzt trage ich Kleber auf den Rand auf! Aber nur auf einer Seite! Dann falte ich das Tuch in der Mitte! Das muss genau sein! Jetzt noch andrücken! Es gibt noch einiges zu tun! Ich habe dünnen Schaumstoff in eine Kurve geschnitten! Jetzt lege ich das Linealschreck an und ziehe Linien! Ich möchte, dass sie den gleichen Abstand haben! Das habe ich in eine Richtung gemacht! Und auch in die andere! Den rolle ich jetzt ein! Und schiebe ihn in den Plastikbecher! Ich brauche wieder meine Klebepistole! Ich trage den Kleber direkt unter dem Rand auf! Ist einfacher, wenn man den Becher dreht! Jetzt kommt das Tuch! Ich stecke es in den Becher! Sieht aus wie eine Eistüte! Wow! Fantastisch! Ist das für mich? Ja, natürlich! Wow! Sowas Cooles habe ich noch nie gesehen! Hier, nimm mein Gold! Äh, okay, danke! Dagegen sage ich nichts! Ich habe den Jackpot geknackt! Genau wie ich! Ich liebe es! Wahnsinn! Ich bin reich! Pau, pau, pau! Guck dir mal meine Uhr an, Julie! Die ist... Die ist wirklich schön! Ja, ich weiß! Die ist was ganz Besonderes! Ich hätte auch gerne so eine Uhr! Oh, ich weiß! Ich habe eine tolle Idee! Dafür brauche ich dieses Blatt! Das wird gut! Ich schneide das Blatt in eine Diamantenform! Dann klappe ich die Ecken um! Jetzt schneide ich die ab! Die Teile brauche ich nicht! Ich nehme die untere Kante und falte sie! Ich mache eine Falz! Das mache ich auch mit der oberen Kante! Ich habe sie zur Mitte gefaltet! Das falte ich nochmal! Ich bringe den äußeren Rand nach innen und bekomme einen dünnen Streifen! Jetzt falte ich ein blaues Blatt und forme es zu einem Quadrat! Als nächstes brauche ich eine Schere, um die Ecken abzuschneiden! Die sollen rund werden! Aber ich schneide nicht zu viel weg! Wirklich nur die Spitzen! Genau so! Jetzt zum Dekorieren! Ich will, dass sie süß aussieht! Ich male ein glückliches Gesicht drauf! Hm, es sollte zwinkern! Jetzt wird ausgemalt! Ich brauche noch eine Zeitanzeige! Die kommt unters Gesicht! Jetzt kommt der orangefarbene Streifen! Da klebe ich das Gesicht drauf und fertig! Meine neue Uhr! Wow, die ist so stylisch! Ich werde die gleich vorführen! Was? Wow, toll! Guck nochmal! Äh, Julie? Das ist die falsche Zeit! Oh, wie peinlich! Hm, mein Armband ist ein bisschen eng! Ich lockere das lieber! Ups, zu viel! Meine Uhr! Sie ist kaputt! Was machst du für ein Radau? Die war ein Geschenk von Molly! Ich möchte, dass du sie bekommst! Wow, wirklich! Das ist so lieb! Was mache ich denn jetzt? Nicht weinen! Das ist peinlich! Ich muss was tun! Ah, ich hab's! Hä? Ging mir grad durch den Kopf! Geht's dir gut? In der Shampoo-Werbung sieht das so einfach aus! Alles unter Kontrolle! Vertrau mir! Ich schneide mein Haargummi durch! Einfach so! Genau was ich brauche! Jetzt zu Leos Uhr! Ich befestige sie an den Enden! Dafür nehme ich Nadel und Faden! Ich ziehe den durch das Armbandteil! Das muss aber gut halten! Die Uhr soll ja nicht abfallen! Das ist ein tolles Uhrenarmband! Hoffe, es gefällt ihm! Hier bitte, Leo! Was willst du, Julie? Wow, du hast meine Uhr repariert! Ich helfe, wo ich kann! Das sieht fantastisch aus! Warte kurz! Ich hab was für dich! Das ist meine Art, Danke zu sagen! Wow! Du meinst das ernst? Die ist wunderschön! Und die gehört mir! Vielen Dank! Nicht der Rede wert! Äh, wie sieht mein Haar aus? Sieh an, sieh an! Was haben wir denn hier? Hä? Oh, hallo! Hey! Es ist an der Zeit, für den Abschlussball zu wählen! Ich kenne genau den richtigen Mann für den König! Also, wo ist mein Stift? Sehr schön! Ich bin definitiv die beste Wahl! Wie auch immer, wir sehen uns! Wahnsinn! So dreamy! Wow! Hach! Was ist das? Es ist an der Zeit, für den Abschlussball zu wählen! Oh, dieses alte Ding wird reichen müssen! Komm schon! Das ist der einzige Stift, den ich hab! Aber ich hab extra Tinte! Hey! Wenn es funktioniert! Toll! Geschafft! Ich bin so aufgeregt! Hab dich lieb! Äh, ist das schon morgen? Ich hab wie ein Murmeltier geschlafen! Buh! Mein Hals! Ich muss komisch geschlafen haben! Oh je! Ein wenig Hilfe! Was kann ich für Sie tun? Mein Nacken ist super steif! Nichts, was eine Massage nicht beheben könnte! Wow! Das ist großartig! Ich fühl mich schon besser! Okay, das reicht! Ich bin ganz aufgelockert! Also gut! Oh, bin ich das? Es ist schlimm! Ich brauche Hilfe! Möchten Sie eine Zahnbürste, Sir? Ich habe Ihnen fünf Optionen vorgelegt! Hm! Auswahl, Auswahl! Ich nehm die goldene! Sehr gut! Und ich habe Ihre Lieblingszahnpasta! Lächeln! Hm, das fühlt sich toll an! Fast fertig! Wow! Bitte schön! Danke! Ihr Frühstück? Wow! Sie können gehen! Ich brauche kein Publikum! Wie spät ist es? Das war ein toller Schlaf! Was in aller Welt? Ich muss einen Knoten oder so etwas haben! Was kann ich da tun? Was macht meine Zahnbürste da drin? Ist das Haar? So ekelhaft! Raus mit dir! Ich hoffe, ich habe genug Zahnpasta! Ein sauberer Mund ist auf dem Weg! Das hatte ich befürchtet! Komm schon! Ich brauche zwei Hände dafür! Komm schon! Raus mit dir! Komm schon! Ich weiß, dass du da drin bist! Oh, ich sehe dich! Ja, da bist du! Ich weiß, dass du da drin bist! Hä? Wer braucht schon eine Zahnbürste? Wenn man Finger hat! Hm! Zeit zum Spülen! Hey! Habe ich die Wasserrechnung nicht bezahlt? Oh Mann! Was ist mit meiner Wasserflasche? Das ist besser als nichts! Hm! Erledigt! Ah, perfekt! Ich mache mich besser fertig! Mann, die Haare sehen heute aber hart aus! Hallo? Ich brauche dich! Brauchen Sie Hilfe, Liam? Was gibt's? Es ist einfach außer Kontrolle geraten! Machen Sie sich keinen Stress! Ich helfe Ihnen! Schnallen Sie sich an! Dieses Haar wird eben nur cool sein! Na also! Wirklich? Ich weiß nicht so recht! Zu fettig! Bleiben Sie ruhig! Ich versuche mal was anderes! Vertrauen Sie dem Prozess! Na also! Gefällt es Ihnen? Hm! Es ist immer noch nicht ganz richtig! Nun, ich könnte etwas Neues ausprobieren! Ich brauche einfach ein paar von diesen hier! Oh ja! Das wird richtig gut! Warten Sie nur ab! So haben Sie es nicht mehr im Gesicht! Interessant! Das gefällt mir! Aber ich bin noch nicht fertig! Das wird die Dinge wirklich aufwerten! Das wird so cool! Glauben Sie mir! Wir gehen direkt an Ihrem Haaransatz entlang! Wow! Das ist auf jeden Fall anders! Das gefällt mir! Für deine Dienste! Gern geschehen! Das ist ein hübscher Kerl! Ich liebe den Putztag! So ein Stressabbau! Das gibt mir Zeit zum Nachdenken! Den Fußboden nicht vergessen! Siehst du? Ist das nicht meditativ? Und mit diesem Ding ist das ganz einfach! Erledigt! Puh! Oh nein! Meine Haare! Die sind außer Kontrolle geraten! Ich habe keine Zeit, die in Ordnung zu bringen! Oder doch? Packen wir es an! Aber ich brauche erst ein Haarband! So! Und jetzt zu den Haaren! Auf geht's! So süß! Und ich muss kaum einen Finger rühren! Das ist es, wovon ich spreche! Achtung Welt! Oh nein! Ich will nicht aufstehen! Juhu! Ich liebe das Aufwachen am Morgen! Das ist so schön! Oh! Frühstück im Bett! Ich nehme einen Schluck! Bäh! Ekelhaft! Das hätte ich nicht trinken sollen! Mal gucken, was weniger Löcher hat! Ich muss alles mitnehmen, was ich brauche! Wie mein Geld! Wie mein Geld! Das müsste für den heutigen Tag reichen! 401, 2, 3, 4, 5! Ich hätte gestern Abend noch lernen sollen! Oh! Oh! Tom! Die Party! Die Party! Ich muss alles mitnehmen! Cool! Aber den Pulli bekommst du nicht. Gib den her, du fälzige Nervenwege. Den kriegst du nicht. Du trägst ja nicht mal Kleidung. Du bist ein Insekt. Unfassbar, dass ich gegen einen Insekt verloren habe. Hey, denk nicht mal dran. Hörst du mich? Lass die Finger von dem Pulli. Nein! Stopp! Ich muss was unternehmen. Der Pantoffel, ja natürlich. Volltreffer. Oh nein, ich glaube, ich habe sie wütend gemacht. Hau ab, du bist ganz staubig. Oh mein Gott, ich muss was tun. Mir fällt nichts ein. Ich muss weiter im Kreis laufen. Hey, stopp. Willst du nicht lieber diese köstlich duftende Strickjacke? Nein? Verdammt, das hat nicht geklappt. Was? Oh Gott sei Dank. Sie jagt mich nicht mehr. Aber sie hat meinen Pulli. Oh, und jetzt hat sie meinen Kleiderschlank beschlagnahmt. Hä? Was ist das? Hey, warte mal. Ich habe eine tolle Idee. Jap. Genau. Ich brauche nur dieses Papier und eine Schere. Alles wird gut. Okay, wird Zeit anzufangen. Die Party wartet nicht auf mich. Schere schneide ich das Papier hier ab. Schön gerade. Ich will cool aussehen. Nicht seltsam. Noch ein paar Schnitte und es kann losgehen. Das war's. Schere. Jetzt bereite ich das Papier vor. Ich muss es nur falten. Mit falten geht's immer. Na also, das war's. Jetzt anprobieren. Ja. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich brauche den mottenzerfressenden Pulli nicht, denn ich habe ein tolles Kleid. Tschüssi. Ja, ich weiß, dass ich ein VIP-Ticket habe, aber ich habe nichts Gescheites zum Anziehen. Wirklich. Mein Leben ist gerade voll schwer und keiner versteht das. Okay, mal sehen, was ich hier habe. Was ist das für eine Farbe? Kaki? Igitt? Nein. Silber? Das war sowas von letzte Woche. Bäh. Ich habe absolut nichts, was ich anziehen kann. Das ist der schrecklichste Tag. Ich habe ja nicht mal Accessoires. Guck dir diese Schuhe an. Schrecklich. Nein. Ich muss was unternehmen. Und ich habe schon eine Idee. Oh, da ruft mich jemand an. Hallo. Paris, ich brauche deine Hilfe. Ich habe absolut nichts zum Anziehen. Du musst mir unbedingt helfen. Ich bin total am Ende. Ich werde dir helfen. Dem Himmel sei Dank. Okay. Oh, warum dauert das so lange? Ist doch nur Paris. Oh, endlich hast du es hierher geschafft. Dann lass uns anfangen. Ich habe schon genug Zeit vergeudet. Ich will was Einzigartiges für diese Party. Und zwar sofort. Kannst du nicht schneller messen? Klar, aber ich möchte, dass ich die richtigen Maße habe. Es bringt nichts, etwas nach Maß anzufertigen, wenn es da nicht passt. So, fertig. Ich bin gleich wieder da. Hoffentlich dauert das nicht wieder ewig. Oh mein Gott. Ich liebe es. Das ist der Braunkleid-Style. Den Trend will ich schon lange starten. Hier ist deine Bezahlung. Ich habe es endlich zur Party geschafft. Äh, warum beachtet mich keiner? Was zum Henker? Was hat die denn an? Eine Tüte? Was glaubt sie, wer sie ist? Sie will mich übertrumpfen. Aus dem Weg. Wir wollen dieses Kleid sehen. Ich habe es selbst gemacht. Ein cooles Meme, das ich erfunden habe. Aber jetzt brauche ich eine Erfrischung. Hä? Niemals. Ein Plastikdeckel. Unglaublich, was ich für ein Glück habe. Der riecht sogar nach Limo. Der kommt zu meiner Sammlung. Oh mein Gott. Da kommt er. Wow. Guck dir sein Haar an. Seine Kieferpartie. Seine Jacke. Er kommt in meine Richtung. Gleich werde ich ihn riechen können. Hey. Was zum Henker? Redet er tatsächlich mit ihr? Was ist hier los? Wie kann das sein? Hey. Schau mich an. Ich stehe hier drüben. Hallo. Halt mir jemand zu. Wie können die mich hier nicht bemerken? Ich hasse das. Das ist nicht fair. Eine Sache funktioniert immer, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Kaltes, hartes Geld. Ich fächere mir ganz lässig Luft zu. Machst du bitte? Du guckst mich an und dann wieder weg? Oh ja, meine Sammlung. Das ist mein neuster Fund. Wow. Ja, der riecht noch nach Limo. Oh. Er mag Sachen, die gut riechen, was? Bei diesem Spiel kann ich mitspielen. Ein Spritzer meines 1000 Euro Parfüms müsste reichen. Das müsste reichen. Wird Zeit, mich dazwischen zu drängeln. Igitt, riechst du das? Ja, riecht schrecklich. Schrecklich? Aber das war teuer. Warum funktioniert keiner meiner Tricks? Was hat sie, was ich nicht habe? Hm, sie hat diesen offenen Rucksack. Und sie mag Limo. Vielleicht gebe ich einfach was ab? Das ist meine bisher beste Idee. Das wird sie lernen. Da haben wir es. Alles alle. Jetzt warte ich. Hey. Oh nein. Sieht so aus, als ob was in deinem Rucksack undicht ist. Hast du da was drin, das auslaufen könnte? Nein, da ist nichts dergleichen drin. Oh, lasst euch nicht stören. Ich habe nur an ein Meme gedacht. Wirklich? Du siehst aber gerade sehr verdächtig aus. Du warst das, stimmt's? Gib's zu. Äh, ich habe die Limo in ihre Tasche geschüttet. Hey, geh nicht weg. Oder wenigstens nicht ohne mich. Das ist ungerecht. Warum mag mich niemand? Also, ich mag dich. Oh, naja. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Bist du überhaupt echt? Okay, klasse. Es wird Zeit für den heutigen Test. Oh, ich habe gelernt und so. Trotzdem kapiere ich das nicht. Das ist ein Kinderspiel. Ich liebe diese Gleichungen. Und nun zu den Multiple Choice Fragen. Ich bekomme bestimmt eine Eins. Was zum Henker ist hier los? Warum kann sie die Aufgaben so schnell lösen? Vielleicht kann sie mir helfen. Hey, hey du. Wie heißt sie nochmal? Stacy? Bitte, Stacy. Was? Bitte hilf mir bei diesem Test. Ich komme nicht weiter. Bitte. Oh, nö. Was? Nein? Warum denn nicht? Oh, warum ist sie so gemein zu mir? Hm, aber ich habe eine andere Idee, die ich ausprobieren kann. Dann hole ich mal mein Geld raus. Ich bezahle sie einfach dafür, dass sie mir hilft. Das müsste reichen. Stacy, Geld. Ich weiß, du magst Geld. Nein. Oh, nun gut. Wenn das nicht reicht, wie wäre es dann mit allem? Der ganze Stapel nur für dich, wenn du mir hilfst. Hm, der ganze Stapel? Oh mein Gott, das ist so viel Geld. So viel Geld. Ich könnte mit dem Geld so viele tolle Sachen machen. Aha, ja, ich bin jetzt reich, falls du es noch nicht gehört hast. Ich könnte diejenige sein, die mit dem Geld um sich wirft. Bitte sehr, Herr Lehrer. Das sollte für eine Eins reichen. Ha, niemals. So ein Mensch will ich nicht sein. Ich will dein Geld nicht, Micky. Ach, was nützt mir das Geld, wenn ich damit nicht bestehen kann? Warte mal. Sie schummelt ja. Sie hat einen Spickzettel. Ich muss doch was tun können. Wo ist meine Tasche? Okay, ich weiß, mit Geld funktioniert's nicht. Der Goldbarren ist auch raus. Warum schleppe ich so viele Handys mit in die Schule? Komm schon, das muss doch hier drin sein. Na endlich, ich wusste, dass ich mein VR-Set eingepackt hab. Das Headset ist aufgesetzt. Testen wir, ob's funktioniert. Wie cool, das sieht so echt aus. Aber der Lehrer sitzt noch an seinem Platz. Aber in VR gibt er mir die Antworten für den Test. Dann hol ich mir eine Eins plus in diesem Mathe-Test. Was zum Henker? Woher zieht die denn her? Und was macht sie da überhaupt? Wir schreiben doch gerade einen Test. Macht sie den Test in der VR? Wie soll das besser laufen als in echt? Hey, sie schreibt die Lösung auf. Na gut, sie sieht mich nicht. Dann kann ich mich ja bedienen. Nein, Stacey, hör auf damit. Na gut, Schatz. Hier sind all deine Schulsachen. Viel Spaß in der Schule. Sei brav. Ja, klar. Oh, meine Tasche ist zerrissen. All meine Sachen sind auf dem Boden. Oh, weh, Schatz. Okay, keine Sorge. Ich bringe das jetzt in Ordnung. Mal sehen. Hier muss es doch etwas geben, das ich verwenden kann. Es ist an der Zeit, jetzt Problem zu lösen. Tada. Ein brandneuer Rucksack nur für dich. Wow, echt toll. So, ich gehe jetzt zur Schule. Bis später. Okay, Miss. Welchen Rucksack möchten Sie heute zur Schule mitnehmen? Nicht diesen. Der ist zu langweilig. Und aus der Mode. Okay. Sie haben noch diesen lila und diesen aus Gold zur Auswahl. Ja, genau. Den nehme ich heute mit. Ausgezeichnete Wahl, Miss Emma. Hier, bitte sehr. Sie werden bestimmt einen schönen Tag an. Puh, gut, dass das jetzt vorbei ist. Mama, guck mal. Es wird eine Schulparty geben. Ach, wie schön. Das klingt nach viel Spaß. Aber Mama, ich brauche doch etwas zum Anziehen, oder? Ja, stimmt. Hier muss etwas drin sein, das wir gebrauchen können. Mal sehen, was das ist. Scheint etwas Blaues zu sein. Es ist ein alter Blazer. Los, ziehen an. Hm, okay. Tja, wenigstens passt er. Ist schon mal ein guter Anfang. Aber er ist mit ekligen Mist bedeckt. Der muss weg. Nicht bewegen. Ich sauge die ganzen Spinnweben mit unserem treuen Staubsauger auf. Prima. Das klappt ja toll. Jetzt dreh dich um, damit ich die Rückseite mache. Nur noch ein bisschen und... Aua, schalte ihn aus. Hey, warte mal kurz. Das bringt mich auf eine gute Idee. Also gut, hier ist der Haargummi. Versuchen wir es mal. Oh, ich verstehe. Ich werde den Haargummi so an den Vakuumschlauch binden. Und jetzt benutze ich den Sauger, um ihr Haar zu ordnen. Und dann kann der Haargummi einfach abgezogen werden. Perfekt. Das waren die einfachsten Pferdeschwänze, die ich je gemacht habe. Ich glaube, ich bin bereit, zu dieser Party zu gehen. Vielen Dank für all die Hilfe, Mama. Du bist die Beste. Viel Spaß. Oh, warte. Du hast die Einladung vergessen. Hallo, Leute. Ich bin hier auf der Party. Hä? Annie hat Pferdeschwänze? Und Betty auch? Sogar Liam trägt Pferdeschwänze? Ich kann nicht Teil eines Trends sein. Ich setze Trends. Hey, du bist mein Friseur. Also musst du mein Haarproblem lösen. Okay, ich bin gleich da. Gott sei Dank bist du hier. Alle tragen Pferdeschwänze. Oh, wow. Du hast recht. Das geht gar nicht. Aber keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Ich teile eine Strähne deines Haares, mache noch ein paar und wiederhole es dann auf der anderen Seite. Also gut. Du siehst schon sehr schön aus, aber ich bin noch nicht fertig. Wir müssen etwas Glanz ins Spiel bringen. Buchstäblich. Ich füge Edelsteine zu deinem Look hinzu. Perfekt. Es ist Zeit für mich, dieser Party offiziell beizutreten. Das gibt's doch nicht. Sieh dir Emma an. Sie ist umwerfend. Liam, ich meine es ernst. Sieh sie dir sofort an. Emmas Party-Look ist der Hammer. Ich frage mich, ob ich so etwas schaffen könnte. Ich hab diese Bonbons. Ich leck ihn kurz an und er fällt ab. Verflixt. Ich glaube, das ist nichts für mich. Wo hab ich das nur hingelegt? Igitt. Eine Maus. Eine was? Eine Maus? Im Haus? Oh mein Gott. Oh, da ist mein T-Shirt. Mist. Die blöde Maus hat es ruiniert. Es hat jetzt ein riesiges Loch. Mami. Schatz, geht es dir gut? Hat dich die Maus erschreckt? Nein, aber sie hat mein rotes Lieblingst-T-Shirt ruiniert. Mein Gott, das ist ein sehr großes Loch. Hm, aber vielleicht kann ich etwas aus dem Nichts machen. Wir haben ein großes Loch, das weg muss. Da haben wir es. Ich habe einfach alles abgeschnitten und fertig. Jetzt muss ich mit dem Rest des T-Shirts weiterarbeiten. Ich muss aber noch ein paar Schritte machen. Keine Sorge, das wird schon. Ich werde einfach um den Ausschnitt herumschneiden und auch ihn entfernen. Gut, dann fange ich an, in der Mitte des T-Shirts zu schneiden. Aber nur auf der Vorderseite, nicht auf der Rückseite. Ich werde diese Ränder hier oben falten und dann eine Rüsche nähen. Keine Sorge, es ist kinderleicht zu nähen. Einfach raffen und den Faden durchziehen. Fertig. Einfach vorne binden und schon hast du ein süßes Crop Top. Wow, Mama. Ich bin total beeindruckt, was du da geschafft hast. Ich bin begeistert, vielen Dank. Oh, noch eine Sache. Wir wollen nicht, dass du dich erkältest. Moment mal. Mama, dieser Schal hat auch ein Loch. Ach, diese doofen Mäuse. Wir können ihnen wirklich nicht entkommen, nicht wahr? Was ist das? Die Maus, da läuft sie. Miss, ich habe Eis auf meine Bluse verschüttet. Verflixt. Kann dieser Tag noch schlimmer werden? Jetzt muss ich mich umziehen. Mal sehen. Nun mag ich keins dieser Oberteile. Mal sehen, was ich noch hier drin habe, was ich anziehen könnte. Oh Gott, sei Dank. Sie sind hier. Perfekt. Ich brauche deine Hilfe. Ach du meine Güte, das ist eine Notsituation. Mal sehen, was ich hier habe, das funktionieren könnte. Oh, was ist mit diesem bedrückten Seidenhemd? Oh ja, das wäre gut gewesen. Hey, du hast mich verfehlt. Ups, ich wollte sie anziehen, nicht den Stuhl. Das ist schon in Ordnung. Ich habe etwas anderes, das auch funktionieren wird. Oh, die Hausmeisterei ist vorbei. Dafür sehe ich nämlich zu gut aus. Tut mir leid. Aber keine Sorge, das Beste hebe ich mir für den Schluss auf. Wie wäre es denn, wenn ich das einfach mal an mir selbst ausprobiere? Das war's. Keine schicken Möbel oder Hausmeisterin mehr. Das sollte genügen. Ich hoffe, dass sie es die Kosten deckt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Puh, was für ein Tag. Ich kann gar nicht glauben, wie schlecht sie im Kleiderwerfen war. Aber jetzt ist alles besser. Zeit, zum Unterricht zu gehen. Na also, geht doch. Diese niedliche Luftballon-Dekoration ist fertig. Okay, mal sehen, was wir im Kühlschrank haben. Mal sehen. Ich weiß, dass sich ein spezielles Essen geplant hat. Oh, hier ist es. Gut, dass ich es beschriftet hatte. Und jetzt die Kerze. Alles Gute zum Geburtstag, Annie. Hä? Was ist das? Was ist denn da los? Eine Überraschungsparty nur für mich? Aber natürlich alles Gute zum Geburtstag. Und jetzt wünsch dir was. Juhu. Ich kann es kaum erwarten, meinen Geburtstagskohl zu essen. Lass mich hier nur ein Blatt abreißen. So. Hm. Lecker. So frisch. Ich nehm gleich noch ein Blatt. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin so froh, dass du deinen Kohl magst. Oh, für mich? Tja, ich schätze, ich könnte auch ein kleines bisschen davon essen. Wow. Schau mal, was in der Mitte meines Kohlkopfes ist. Ein Bonbon. Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Es ist auch mit Orangengeschmack. Ich weiß, dass das dein Favorit ist. Genau. Aber hier ist es noch besser, wenn ich es mit dir teile. Das war der letzte Band. Und voila. Fertig. Hm. Mal sehen. Ich weiß es nicht. Wird dir das gefallen? Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Hier ist dein Kuchen. Was? Der Kuchen ist schrecklich. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Uff. Nee. Können Sie das verbessern? Nun, ich sehe mal, was ich tun kann. Vielleicht kann ich stattdessen einfach ein paar dieser Dekorationen anbringen. So. Geschafft. Und die sieht exquisit aus. Das ist wirklich anders. Ich frage mich, ob er ihr gefallen wird. Oh. Ein Cupcake auf meinen Kuchen. Toll. Aua. Mein Zahn. Oh. Hm. Mom. Warum hast du mir das angetan? Oh mein Gott. Nein. Nein, nein, nein. Es muss doch noch etwas geben. Was wir tun können. Ach ja, richtig. Sie liebt frisches Obst über alles. Mit den Produkten in dieser Schüssel können Sie sicher was anfangen. Ja, natürlich. Ich bin ja schließlich ein Konditor. Wir verwenden oft Obst. Diese Ausstechformen helfen beim Design. Ich werde sie auf den Fruchtschnitten verwenden. Sie werden niedlich aussehen. Wer will schon langweilige Früchte, wenn man stattdessen Sterne und Blumen haben kann. Nun, da sie ausgeschnitten sind, ist es Zeit, den Kuchen zu dekorieren. Zum Glück ist auf der Torte genug Raum für alle Fruchtscheiben. Und schon ist der Kuchen fertig. Voila. Wie finden Sie das? Bravo. Das ist ganz sicher ein Meisterwerk von einem Kuchen. Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Und hier ist dein Kuchen. Oh wow. Ich liebe den Kuchen und ich liebe frisches Obst. Mh, das ist so lecker. Nur das Beste für mein perfektes Geburtstagsmädchen. Alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, ich bin bereit für den Schulbeginn. Hey, das sind meine Stifte. Oh nein. Sie sind jetzt total zerquetscht. Unglaublich. Wo soll ich sie jetzt hinlegen? Oh, bin ich etwa draufgetreten? Upsi. Ich werde wohl besser meine Marker und Stifte herausholen. Hm, das sollte für heute reichen. Nun zu meinen Notizbüchern, Mappen und Heftern. Ich denke, ich kann versuchen, sie hier wieder reinzustellen. Ach du meine Güte. Es ist einfach erbärmlich, ihr zuzusehen. Ich denke, ich könnte ihr etwas helfen. Hey Annie, hier, die kannst du heute für den Unterricht benutzen. Für mich? Echt jetzt? Wahnsinn. Vielen Dank, Emma. Bitte sehr. Juhu, schau dir diese tollen Schulsachen an. Ich habe eine tolle Idee. Ich nehme diese Gummibänder und spanne sie über den Umschlag der Mappe. Und jetzt werden diese Gummibänder meine Sachen an ihrem Platz halten. Ich kann sogar noch mehr auf der Innenseite des Umschlags unterbringen. Wow, da passt wirklich eine Menge rein. Und jetzt sind all meine Sachen organisiert und sicher. Gut gemacht, Annie. Danke, aber ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich schätze, es ist Zeit, mit dem Unterricht zu beginnen. Nochmals vielen Dank, Emma. Hm, so ein schöner Traum. Ein hartes, aber zuverlässiges Bett. Ah, jetzt noch ein bisschen Yoga. Einatmen und ausatmen. 29 und 30. Puh, das ist wirklich besser als Kaffee. Und wie sehe ich aus? Naja, Zähneputzen muss ich auf jeden Fall. Eeeh. Wo kommen denn all die Haare her? Widerlich. Habe ich denn noch eine? Perfekt. Hey. Na los, da muss doch noch was drin sein. Hey, ein kleiner Rest. Mh, so frisch. So, und was esse ich nun zum Frühstück? Uh. Ah, das war gut. Ich will noch mehr. So sollte das aber nicht aussehen. Na toll. Und was mache ich jetzt? Endlich Morgen. Guten Morgen. Äh, äh. Mein Nacken. Was für ein Start. Gestern Nacht war ganz schön kalt. Moment mal, wie viele Decken denn noch? Echt jetzt? Na endlich. Das hat wirklich lange gedauert. herrlich bequem. Na dann mal los. Ich muss wirklich mal wieder zum Friseur. Hm, welche Zahnbürste nehme ich denn heute? Diese hier? Nee. Oh Mann, die Qual der Wahl, wie immer. Perfekt. Meine hochkarätige Zahnbürste. Für ein strahlendes Lächeln. Für meine Zähne natürlich nur das Beste. Funkel, funkel. Und bloß nicht mit der Zahnpasta geizen. Hm, ich glaube, ich nehme lieber die blaue. Okay, doppelte Frische. Und eine geht noch. Nehmen wir doch die mit Zimtgeschmack. So, das reicht. Ah. Ich habe richtig Lust auf Kaffee. Meine absolute Lieblingstasse. Besser als jedes Kaffee und ohne nervige Warterei. Der wird mich ordentlich wach machen. Ah. Ja, ich will ein Taco. Hm? Was war das? Etwas hat mich geweckt. Wart mal, da ist jemand in meinem Zimmer. Einbrecher! Was jetzt? Soll ich mich verstecken? Dann wäre ich sicher. Aber warte, ich werde nicht zulassen, dass der mein Zeug klaut. Zeit, meine Kampffähigkeiten auszuprobieren. Ich gehe ein bisschen näher ran. Ah! Oh, nein, 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 nein. Herr, habe ich dich, du dreckiger Dieb. Du versuchst, mich zu bestehen? Mit gefesselten Händen klaust du nichts mehr. Ich bin super, der Tag ist gerettet. Moment, ein Staubwedel? Oh nein, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Das ist kein Einbrecher, nur die Hausdame. Komm, ich helfe dir hoch, tut mir schrecklich leid. Ich mache das Klebeband von deinem Mund ab. Schätze, den wirst du zurückhaben. Zu viele Eichhörnchen. Oh, sie haben meine Nüsse geklaut. Hä, was für ein Geräusch? Ich weiß, dass ich was gehört habe. Ich schaue besser mal nach, nur für den Fall. Ich schiebe mich ganz leise ins Wohnzimmer. Was? Oh mein Gott! Kaum zu glauben, dass hier ein Einbrecher ist. Das ist so lächerlich. Oh nein, ich wurde erwischt. Bitte nicht schießen. Ich verschwinde still, ich schwöre, ich tue niemandem was. Ach du meine Güte, unvorstellbar, dass hier jemand was klauen will. So was Lustiges habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Na los, schau dich um. Ich bin ehrlich gesagt neugierig, was du so findest. Äh, na egal. Hier muss es was Gutes geben. Das soll wohl ein Witz sein. Vielleicht ist was in der kleinen Gießkanne. Nichts. Der ganze Aufwand für nichts? Du hattest recht. Hier ist nichts wert, gestohlen zu werden. Ja, ich hab doch gesagt, hier gibt's nix. Tut mir gar nicht leid. Oh Mann, jetzt fühle ich mich schlecht. Du bist echt arm dran. Ich glaub, du bist noch ärmer dran als ich. Hier, mein Schokoriegel. Du kannst ihn haben. Oh, mein Liebster sogar. Danke, Einbrecher. Einmal musste ich einen riesigen Kerl abwehren. Der war wirklich ein Riese. Wie geht es dir da drin, Baby? Oh, hallo Mama. Hallo, schau, was ich dir mitgebracht habe. Eine ganze Wassermelone. Aber es ist nicht zum Essen. Oh nein, dies dient zum Üben. Hier, warum versuchst du nicht, diese Melone wie ein Baby zu wickeln? Ich werde es einfach so falten. Und dann fertig. Das Melonenbaby ist jetzt eingepackt. Oh wow, schön. Das ist aber noch nicht alles. Oh, du isst das Melonenbaby. Ja, ich hab gerade richtig Hunger. Nun, ich denke, das bedeutet, dass unsere Babystunden vorbei sind. Okay, laut dem Video muss ich die Decke so falten. Lass mich von vorne anfangen. Hallo, ich werde dir beibringen, wie du dein Baby puppen kannst. Du musst die Decke in einer Dreiecksform falten und dann wirst du natürlich dein Baby brauchen. Diese Puppe wird vorerst funktionieren. Lege das Baby in die Mitte und falte dann den unteren Teil hoch. Du nimmst eines der Seitenteile und faltest es in der Mitte. Toll, ich ersticke das Baby. Stelle sicher, dass du zuerst eine Seite und dann die andere Seite machst. Und dann wird dein Baby so schön gewickelt sein. Tada, da ist dein Baby. Sieht das nicht gemütlich aus? Es wird das Baby auch beschützen beim Schaukeln oder Tragen. Okay, vielleicht, wenn ich es hier so zusammenfalte und dann hinein. Und vielleicht, wenn ich auch hier zusammenklappe, soll ich das Baby schaukeln? Oh, ich muss einen Anruf machen. Oh, es scheint, als würde ich einen Anruf bekommen. Warte eine Sekunde. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ach ja, selbstverständlich. Ich bin gleich da. Toll, jetzt muss ich nur noch warten. Oh, da ist er ja. Hallo, okay, lass mich dir mit etwas praktischem Unterricht helfen. Hier ist dein Baby. Ja, ich weiß, wir müssen das Geschäft abschließen. Oh, hallo Baby. Papi ist hier, um dich abzuholen. So süß. Oh, hallo. Igitt, dein Baby ist arm. Oh, Mamis kleiner Engel, wie geht es dir? Oh Gott, wein aber nicht. Mami ist jetzt da. Alles wird in Ordnung sein. Hm, ein reiches Baby und ein armes Baby. Es ist wohl an der Zeit, dass sie erwachsen werden. Füge mal ein paar Jahre mehr hinzu. So ist es gut. Es ist schon besser. Ich frage mich, wie es Ihnen jetzt geht. Ich weiß, was wir tun sollten. Schicken wir Sie zur Schule. Uh, das scheint eine ziemlich gute Schule zu sein. Ich glaube, das wird lustig. Oh, was für eine verheißungsvolle Zimmernummer. Nach dir, Lizzie. Sieht so aus, als ob das unser zugewiesenes Zimmer ist. Oh, mein Ekelhaft. Zieh dir diesen Ort an. So eine Sauerei. Moment, es ist mehr als das. Es muss abgerissen werden. Nein, nein, nein. Sie können nicht erwarten, dass wir in so einem Zimmer leben. Das ist okay. Ich kann nicht glauben, dass er damit einverstanden ist. Muss daran liegen, dass er arm ist. Sieh mal, da ist ein Besen. Ich glaube, wir können hier aufräumen. Spinnweben sind eigentlich ganz einfach zu beseitigen. Außerdem gibt es einfach eine Menge Müll und Unordnung. Das aufzusammeln, ist keine große Sache. Hä? Oh, ich sollte die Zeitungen von der Wand nehmen. So, das sieht schon viel besser aus. Ab in den Mülleimer damit. Was soll das mit den Seilen überall? Also gut, Zeit, mein Bett zu machen. Ah, das nenne ich gemütlich. Oh, Lizzie, hier ist jede Menge Platz, wenn du teilen möchtest. Ja, nein, danke. Als ob ich meine Seite alleine sauber machen würde. Hallo? Ja, ich brauche dich hier, um etwas für mich zu erledigen. Hallo, Fräulein, ich bin der Reinigungsdienst, den Sie bestellt haben. Oh, warte kurz, er sieht Liam sehr ähnlich. Wie auch immer. Du, ich brauche dich, um diesen ganzen Raum aufzuräumen. Das kann ich machen, kein Problem. Pfui, ich verstehe wirklich nicht den Reiz, aber solange er die Arbeit macht. Es sieht so aus, als müsste dieser Müll eingesammelt werden. Oh, entschuldigen Sie, Fräulein, aber ich bin mit dem Putzen fertig. Ach so, richtig, Geld. Ich verstehe nicht, warum alle es immer haben wollen. Aber nun ja, hier ist es, für die Reinigung. Oh, du willst mehr? Ach, ja gut, schön. So, bitte sehr, das sollte reichen, denke ich. Und jetzt, geh weg, ich muss noch einen Anruf machen. Ja, stellt das bitte dort drüben hin. Perfekt, wie ich es wollte. Äh, und nun weg. Ach so, du hast deine Seite fertig, sieht gut aus. Mein Haar sieht in dieser Farbe wirklich schön aus. Fräulein, abgerundet oder eckig? Hör einfach auf, das ist genug Peniküre für heute. Tja, ich glaube, ich fange besser mit meinem Tag an. Autsch! Nein! So sterbe ich also, das ist mein Ende. Mein lieber Fuß, nein! Ich bin tot, ich kann nicht weitermachen, nicht so wie jetzt. Wie konnte mir das nur passieren? Sie müssen mich retten, Herr Arzt, ich leide Höllenqualen. Haben Sie sich den Zeh gestoßen? Machen Sie etwas? Ja, natürlich, natürlich. Ich sehe mir das mal genauer an, das sollte helfen. Und jetzt klebe ich ein Pflaster drauf. Oh mein Gott, ich kann nicht hinschauen. Fühlen Sie sich besser? Nein! Oh, okay. Also hier, Sie brauchen etwas zu essen, diese Snacks sollten helfen. Oh, das sind auch meine Favoriten. Und hier, ich kühle sie mit diesem Fächer ab. Oh, mir ist so kalt, ich kann mich einfach nicht aufwärmen. Ja, aber natürlich, ich habe Fieber. Es muss doch etwas möglich sein, damit ich mich besser fühle. Ach so, vielleicht könnte ich etwas Medizin kaufen, das sollte helfen. Och, das ist nicht annähernd genug, die Medizin ist so teuer. Ha, nun, vielleicht kann Mama mir helfen. Hallo Mama, wow, wie bist du so schnell hierher gekommen? Ach Schatz, ich weiß immer, wenn du krank bist. Schau mal, ich habe meinen Medizinkoffer mitgebracht, du wirst dich im Nu wieder besser fühlen. Wir beginnen mit einem Tee und jetzt ist er bereit, für dich zu trinken. Hör zu, ich weiß, du magst keinen Tee, aber du musst ihn trinken, wenn du gesund werden willst. Wie geht Mama? Dieser Tee wird mich umbringen, bevor es das Fieber tut. Und jetzt die Kräuter. Ich fühle mich schon gesünder. Bitte sehr, Schatz. Wird der Tee dadurch nicht noch schlechter schmecken? Gute Arbeit, trink einfach weiter. Oh, ich weiß, ich habe dir eine hausgemachte Suppe gekocht. Nein Mama, ich hasse deine Erbsensuppe. Das ist Unsinn, jetzt mach auf, komm schon, das wird dich besser fühlen lassen. So ist es gut, das ist Mamis kleine Engel. Und was noch? Oh, natürlich, ein Apfel. Hm, ich muss ihn noch ein wenig verfeinern. Hm, oh, mein lieber Engel ist gerade eingeschlafen. Ich decke ihn zu, damit er schön warm bleibt. Hat sie mir geglaubt? Puh, ich glaube, das hat sie. Also gut, klasse, ich hoffe, ihr seid alle bereit für eure Kunstprüfung. Bitte fangt jetzt an. Ich möchte sehen, wie viel ihr gelernt habt. Hm, was zum, ist das alles, was in meiner Tasche ist? Verflixt, ich habe nur einen winzig kleinen Farbstift, mit dem ich arbeiten kann. Es ist nicht einmal geschärft. Schau her, was Lizzie alles hat. So viele Farben und so viele verschiedenen Materialien. Tja, das ist wohl das, womit ich arbeiten muss. Oh, Moment mal, vielleicht habe ich etwas Geld. Richtig, ich bin arm und pleite. Hey, warte mal kurz, vielleicht hat der Mülleimer Lösungen. Mal sehen, was wir hier drin haben. Hä? Was macht Liam da? Hey, da ist ein Eisstiel drin. Damit kann ich bestimmt etwas tun. Okay, ich werde diese Silikonformen benutzen müssen, die der Klassenraum hat. Ich gieße einfach etwas Wasser hinein und füge dann Lebensmittelfarbe hinzu. Mischt das besser, damit alles zusammenpasst. Gut, jetzt werde ich noch ein paar andere Farben hinzufügen. Dann ist es an der Zeit, die Eisstiele hineinzustecken. Ich möchte sicherstellen, dass sie stehen bleiben und dann einfrieren. Exzellent, sie sind alle eingefroren und bereit für den nächsten Teil. Gut, mal sehen, ob diese Eisstifte so gut funktionieren, wie ich hoffe. Toll, schau dir diese ganzen Farben an. Das läuft ja toll. Ich werde es auch nur ein wenig ablecken. Erfrischend. Ha, das muss man ihm lassen. Das ist ziemlich clever. Ha, was soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Oh, warte, ich habe Geld. Das wird mir sehr helfen. Das sollte ausreichen. Ahem. Bonjour, Sie brauchen einen Künstler? Nein, 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 noch nicht. Zuerst machst du mir etwas Kunst. Oh ja, ich verstehe, ich werde dir ein Meisterwerk schaffen. Der Kunstunterricht ist so langweilig. Ihr Meisterwerk ist nun fertig. Voila. Was? Was ist das? Igitt, das ist eklig. Nimm es weg von mir. Sie mögen meine Kunst nicht. Sie haben keinen Geschmack. Igitt, ich kann Künstlern nicht ausstehen. Hallo? Oh, nun, wie auch immer, mach weiter und mach mir etwas Kunst. Okay, Fräulein, mein Lehrer sagt, ich bin der Beste in der Klasse. Ich mag Wunschstifte, ich mag malen. So, ich bin fertig. Was soll das sein? Ein Haus und ein paar Wolken? Nö, nicht gut genug. Weine nicht. Ich meine, hier muss es doch irgendetwas geben, was ich tun kann. Oh, schau, ein Lutscher. Was ist denn das? Ein Lutscher? Was? Psst, da unten. Oh, das Geld. Natürlich, hier bitte sehr. Und jetzt, geh raus mit dir. Nächster. Oh mein Gott, das ist ja ekelhaft. Na gut, dann zeige ich Ihnen mal, was ich habe. Bitte sehr. Oh mein Gott, wow, ich liebe es absolut. Hier ist dein Geld. Das war's. Danke, Fräulein, abgemacht. Das ist großartig. Hey Liam, sieh dir mein Kunstwerk an. Oh ja, das ist schön und so. Ich benutze diese Eisstiele für meine Kunst. Hey, du solltest mir Aufmerksamkeit schenken, nicht deiner Kunst. Oh, eine Penthouse-Party und Millie Bobby Brown wird dabei sein. Okay, ich muss mich entscheiden, was ich anziehen soll. Mal sehen. Oh ja, das ist das perfekte Kleid. Ich sehe so toll aus in diesem Kleid. Oder vielleicht doch nicht. Lass mich etwas anderes ausprobieren. Ein rosafarbenes Babydoll-Partykleid. Vielleicht ist Pink die Mode des letzten Jahres. Ich werde es noch einmal versuchen. Vielleicht etwas casual. Ich liebe goldene Sneaker. Igitt, nein, ich brauche mehr Eleganz. Mit einem kurzen roten Kleidchen kann man nichts falsch machen. Moment, ich weiß, was ich tun sollte. Einen Anruf machen, natürlich. Wenn ich nichts habe, was mir gefällt, kaufe ich einfach etwas ganz Neues. Nein? Oh, ein spezieller Hoodie für 5000 Euro. Ja, bitte. Oh, er ist da. Ich bin so aufgeregt. Lass mich das hier öffnen. Oh mein Gott, das ist genau das, was ich wollte. Ich muss das sofort anziehen. Ja, es passt perfekt. Und diese Leggings sind fantastisch. Ich trage meine Sonnenbrille auf und bin endlich bereit für diese Party. Ich komme jetzt. Mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das mit der Post bekommen habe. Es ist eine Einladung zu einer Ein-Dollar-Party. Hm, aber ich glaube nicht, dass ich das anziehen kann. Zu viele Löcher. Igitt, mein schönes T-Shirt kann ich aber auch nicht anziehen. Es ist auch voller Löcher. Hm, was ist in der Box, die Papa mir gegeben hat? Vielleicht gibt es hier etwas, das ich anziehen kann. Hey, schaut mal, ein paar Jeans und sie hat keine Löcher. Ich frage mich, was hier noch drin ist. Ekelhaft, das ist ein Paar seiner alten Boxer-Shorts. Igitts. Oh hey, aber sieh dir das an, es ist ein gelber Hoodie. Lass ihn mich anprobieren. Okay, ja, die Passform ist nicht schlecht. Warte, nein, es ist zu groß. Schau mal hier, wie lange es runtergeht. Passt bis zu meinen Knien. Was nun? Ach ja, richtig, die Boxer-Shorts. Sie haben diese Elastik. Das ist immer noch ziemlich gut in Schuss. Weißt du was? Ich glaube, ich habe eine Idee. Na gut, ich habe das gesamte Elastik aus dem Taillenband entfernt. Jetzt wickle ich es einfach um meine Taille und binde es dann vorne zusammen. Okay, der Knoten sollte halten. Und jetzt drehe ich das auf die Rückseite. Und dann kann ich den überschüssigen Hoodie einfach so hochstecken. Gut so, gar nicht so schlecht eigentlich. Und dann kann ich es eigentlich. Und dann kann ich es eigentlich.